Herzlich Willkommen Leute bei Cryo 4, ich bin Chelsea Shark und mit dabei ist Hubex. Hi, so wir sind ja heute bei eben Cryo 4 Co-op Modus und wer nicht Cryo 4 kennt, der sollte es vielleicht anschauen, denn der Co-op Modus schließt mehr oder weniger an die Story an und oder ist mehr oder weniger ein Faktor, der noch so ein bisschen ergänzendem Wissen beiträgt. Es gibt sicher Tonnen von dem Singleplayer, aber nicht so viel vom Co-op Modus und ich habe gehört der Co-op Modus sollte schwierig sein, schauen wir mal wie der ist und ich möchte auch mal wissen wer der ist, wir haben es nämlich wirklichen Schmerz im Arsch mehr oder weniger das aufzunehmen, also gucken wir mal ob das jetzt hält oder ob das jetzt der schöne zweite Versuch ist, der wieder nicht funktioniert, gucken wir mal, ich bin bereit, Chelsea ist bereit und wenn das Spiel nicht abschmiert ist alles so cool, ich bin schon in der Katzen, so ich bin jetzt still und hören wir mal die Anleitung an, Einleitung. Wir haben uns vorhin noch nicht auf den Weg in den Kopf gemacht. Wir haben uns gesagt, dass wir uns nicht nur in den Winde schraubt haben, aber wir haben in den Keinen, in den Konten wir uns gehalten. Wir haben uns nicht nur in den Schmerz, in den Konten, in den Konten, aber wir haben einfach auf die Ölgefläche, in den Konten und die Älgefläche, in den Konten zu sein. Wir haben uns jetzt auch nicht gehalten, wir haben, wie er es nicht geschaut hat. Wir haben uns gesagt, was es beschwungen, was wir uns zu sagen. Was würde passieren, wenn wir ihn versuchen, zu retten zu retten. Und das war's, was wir tun mussten. Wir haben ihn gefunden und ihn geschehen. Das war Teil unserer Untersuchung. Unsere Sicht des Simons Buchs. Oh, nein. Ja, ich bewege mich. Ja! Ich muss mir das zuziehen. Schau mal, wie witzig das ausschaut, wenn ich springe. Guck mal, guck mal. Wie wenn ich schwimmen würde, nach oben. Ja, boah. Umarmung, ja. Oder heilten, heilten. Geil, okay. Aber wir räumen jetzt nicht unsere Penisse aneinander, okay. Aber unsere Ersche, komm. Oh, hm. Bist du da? Hallo? Ja, mal E drücken. Simon is not home. Okay. Kann das Auto warten. Du hast schon eine Munition verwendet. Ich wollte einbrechen. Schau mal, mit rechts kann man schlagen. Mit der rechten Maustaste kann man schlagen mit der Waffe. Okay. Ja. Du hast eine Ping von 100 bei mir. Echt? Ja. Ist egal. Wo sehe ich das? Rechts. Deine Ping ist auch 100, also scheiß drauf. Ja, weil... Ja, eben. Ey, das ist richtig obvious. Ich mein, unsere eigenen Wagen und wir können da nicht rein. Ja. Weil, wo bist du überhaupt? Ich bin schon alleine. Hier weitergegangen. Wo weiter? Ja. Komm hier, hör. Ich hab Angst. Dreh dich um. Ja, ich seh dich. Ja, ich seh dich. Ich würde mich erstmal umschauen. Oh, Moni zum Beispiel. Diese hier. Weil ich kann nicht mehr lernen. Ja. Du hast unten links auch so eine Bar. Ist ganz schön langsam. Bei mir leuchtet das, wenn du das schlägst. Das find ich witzig. Bei mir leuchtet das, wenn ich's anleuchte. Ey, wieso? Hast du eine Laterne? Wie macht man dir an? Mit F. Ah, mit Flashlight. Macht Sinn. Irgendwie gar. Ja. Hier müsste irgendwo Moni sein. Ich hab schon mal Moni gefunden. Hier ist Moni. Komm. Da. Boah. Sexy. Sehr nice. So, ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich auch nicht. Hier ist nochmal Moni, die nehm ich mit. Weil hier drüben ist nochmal vor der Tür. Wo wir jetzt rein müssen. Du kennst das schon? Ja, ich hab's ja vorher schon probiert, wirst du. Aber ich bin durch diese Tür nicht gekommen. Schauen wir mal, ob's jetzt funktioniert. Oh mein Gott. Du hast die Moni übersehen. Du hast die Moni übersehen. So, ich bin jetzt wieder auch auf der Kamera drauf. Bist du durch die Tür gegangen und das war das hier? Okay. Mhm. Okay. Alles klar, hab ich nicht viel verpasst. Gut, du hast nur ein paar Dinge runtergeschossen. Ich hab drei Munition auf Lager. Und... Nimmst du schon wieder auf? Ja. Okay. Hier ist die hinten, das ist ne Waffe für dich. Ne geile. Sieht aus wie ne Pumpgun. Das passt zu mir. Warte, ich muss das jetzt irgendwie outfiggern. Wie das geht, das Ganze. Aber noch schnell, ja. Das will nicht, dass wieder ein Gegner kommt. Ja. Ich hab schon... Ich werd erstmal noch, ähm... Die normale Waffe in die Hand nehmen. Weil es geht noch. Ich hör was. Es kommt von da hinten. Oh mein Gott, da 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 da! Alter! Alter! Ah, noch mehr, noch mehr, noch mehr! Alter! Das ist so richtig übel, ne, wie schnell die sind. Ja, Hedy. Ja, war. Alter, wie schnell die sind, ne. Das ist übel. Und die wackeln so übel. Ja. Ich hab für die eine Waffe keine Muni mehr. Puh. Und du weißt schon, wenn du nachlädst, gell, dann verlierst du das ganze Magazin. Ich weiß, aber ich... Ich kann nicht mal nachlädten. Ich hab noch einen Schuss hier übrig. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon, ob ich den verschwunden soll. Da hinten ist wieder einer, da hinten ist wieder einer. Ja, gut. Du hast ja die... Du hast ja die... Da ist so ein Bett. Schieß auf das Bett. Das ist nämlich gefährlich. Es schießt so mit Blut aus dem Mund. Scheiß Bett. Ich erwisch es nicht. Oh mein Gott, schießt das so weit? Es schießt ziemlich weit. Es schießt ziemlich weit. Das Blut kommt bis hier an. Siehst du es fliegt? Ja, ja, ich seh es an der Wand da hinten. Deswegen sag ich ja, dass das Ding das gefährlich ist, so ein Weitschützer. So wie ein Bogenschützer. Oh mein Gott, es kommt, es kommt, es kommt. Der Periodenspucker kommt. Oh Gott. Warte, schieß noch mal mit der Ding... Es ist glaube ich noch nicht. Jetzt ist es tot. Ich hab ihm Heady gegeben. Warte, ich muss nachladen. Nachladen. Ich hab mir grad ein Magazin geholt. Also man merkt schon, das ist schon ziemlich anstrengend. Jo. Und ich bin neugierig, ob man das überhaupt speichern kann im Server oder nicht. Ich hoffe doch. Wenn nicht, müssen wir einfach um eine Kampagne machen. Ja. Oh mein Gott, da ist... Ah! Ja. Er ist in den Busch gerannt. Oh, schöner Heady. Auch tot. Alter, was ist das? Alter! Schieß einfach drauf. Schieß einfach drauf. Schieß einfach drauf. Schieß einfach drauf. Oh mein Gott. Es hat dich getötet. Alter. Ich hab's umgebracht. Ja. Kann ich dich irgendwie reviven? Weiß ich nicht. Doch. Ich kann. LOL. Oder? Du hast grad mein Herz gepumpt, ja. Ja. Dann tu ich mal weiter hier, weil ich seh das nämlich nicht, was ich tue. Weil meine... Ah doch. Du lebst wieder. Halleluja. Alter, das war übel. Ich hab ein ganzes... Ich hab ein ganzes Magazin gebraucht. Okay. Okay. Ich hab noch zwei Schuss für dich hier. Okay. Neue Taktik. Ähm. Wir laufen... Wir rushen einfach. Wir müssen echt nicht alles töten, weil das... Weil wir müssen echt extrem sparen. Okay. Schauen wir mal ganz... Aber die rennen uns doch übel hinterher. Oh ja. Alter, der computer hat sich hier fl... Blutspucker. Zwei Betten, Mann. Zwei Betten, Alter. Oh, warte mal die... Die... Ich schieß die von da hinten mal kurz ab. Alter. Pass auf, pass auf, pass auf. Der hat mich getroffen, da eine. Ist da eine down? Ich müsste da einen Headshot gegeben haben. Ne, der lebt noch. Müssen die scheiß Betten töten. Ne, wenn wir schnell sind nicht. Also dann laufen wir mal... Vorbei. Im Zickzack, im Zickzack. Kann man an dem... Man kann ja nicht vorbei. Da muss ich hin. Fuck, wir müssen doch vorbei. Fuck, ich hab' den Garten. Wir müssen vorbei. Alter. Was ist das? Alien? WTF? Das ist das Bett, ist down, ja. Alter, ich hab' noch fast... Was ist hier? Oder ist das? Okay. Fuck, okay. Ich muss nachladen. Ich hab' noch die Schrotflinte. Nachher. Ich hab' gar nichts mehr. Alter, ich glaub' ich hab' nicht mehr so überreicht. So. Schauen wir uns erstmal im Mund hier um. Es ist kein überall Mund linker. Die Leuchte droht auf dem Boden normalerweise, wenn du dann näher bist. Ja, aber hier ist keine mehr. Alter. Hat schon geguckt. Hier ist... Oh mein Gott, oh mein Gott. Du bist reingegangen, du sollst warten. Das ist wirklich gefährlich. Alter. Das sind kranke Dinger. Wir müssen sneaky vorangehen. Kann ich irgendwie crouchen? Alter. Crouch mal hier durch. Hier liegt ne Muni. Brauchst du Muni? Hast du noch Munition? Hier liegt... Ja, ich hab' noch 5 Schuss. Mit der Pistole. Gut. Ich hatte gar nichts mehr. Okay. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Die hier lässt sich öffnen. Oh, sorry. Ich glaub' ich bin jetzt rausgegangen. Oh. Ist schon wieder laden. Ja. Also bei mir geht's diesmal. Bei dir auch. Ha? 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 Oh Gott. Oh Gott. Aber der kommt ja nicht durch. Der kommt ja nicht weiter. Ja. Erstmal alle spawn-rapen. Da hinten ist auch noch so ein krankes Ding. Nice. Das war jetzt ziemlich dumm. Ich hab's nur mit zwei Schüsse für die Shotgun. No. Scheiß. Die Wand an. Also wenn wir nachher keine Muni mehr haben, müssen wir rushen einfach. Ja. Da hilft alles nichts. Sehen die einen, wenn Licht aus ist? Ja. Die sehen ihn immer. Die sind Monster. So. Da liegt noch eine Pistole. Muni. Alter, ich hör' irgendwas Böses wieder aufkommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was wieder in unseren Spawnschutz gehen. Spawnschutz. Alter, der hält die Shotgun aus. Scheiße. Immer in unseren Spawnschutz. Das bringt's. Ja. Irgendwo. So. Jetzt hab' ich keine Muni mehr. Außer die fünf Schüsse für die Pistole. Hammer. Awesome. Okay. Ich hab' nur Glock. Also nachher, wenn wir neue Waffen finden, dann müssen wir auch in uns entscheiden, welche wir dann mitnehmen. Das wird erst Tarek sein. Hier ist noch was für dich. Oh nice. Glock. Ah, die werde ich nachher gleich brauchen. Sobald die fertig geschossen ist. Glaube ich auch. Also ich würde jetzt nicht noch rushen, ich würde jetzt wirklich alles gemütlich abgucken, ob hier noch Muni liegt. Hier liegt zum Beispiel ne Shotgun. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist eben was. Ah. Alter, im Bett ist wieder. Um die Ecke ist im Bett. Komm zurück zum Spawn. Okay. Ich lauf. Oder? Das ist nur so ein kleiner. Da oben ist das Bett und das fliegt. Das fliegt. Jawohl, Bett down. Nice. Okay. Alter. Intensiv. Mal drei, was? Aber ich schlage mich komischerweise gut, aber weißt du was mir abgeht? Spritzen. Spritzen gehen mir ab. Weil das sind nämlich die Health Packs hier. Spritzen. So Morphin. Alter, das ist wieder im Bett irgendwo. Hast du das gehört? Hm. Da oben ist es. Bei mir ist es. Ja. Ja. Scheiß Betten. Echt mal. Du musst mich kurz, äh, kurz Schutz geben. Ich muss jetzt die Waffe nämlich wegschmeißen hier. Oder nee. Muss ich gar nicht. Ich tue die einfach jetzt nur austauschen. Im Moment habe ich hier noch den Platz im Inventor. Anscheinend ist das Bett tot. Okay. So. Ich habe jetzt die Glock mit einem Magazin. Okay. Zur Not müssen wir die wirklich mit der Waffe tot nüppeln, ne? Ähm, nee, oder? Doch, weil ich bin jetzt im letzten Magazin. Und das wird sich nicht verbessern. Ich glaube hier ist Punk-Gon-Monie für dich. Meine Rettung, 9 Boxen. Geil. Also du bist Fernkämpfer, ich Nahkämpfer, alles klar. Ja. Kann man so machen. Gut. Ich habe 44 Leben. Oh, da ist wieder so ein Alien. Nein. Jetzt müssen wir töten mit einem Schuss, weil sonst macht es enormen Damage, wollte ich gerade sagen. Weil es explodiert nämlich. Aber du hast 38 Leben noch, das geht einigermaßen. Geht. Okay. Warte, ich habe glaube ich noch eine Morphinspitze. Du hast echt eine gefunden? Nice. Oder willst du die? Äh, nee, nimm du die mal. Du kannst mich ja wiederbeleben dann. Falls ich sterbe, dann musst du weniger leben. So. Du bist so vorn dort. Schauen wir mal. Ich höre wieder böse Dinge an. Oh, oh, da ist ein Riesending. Wo? Da hinten. Ah. Es ist ja beginnen. close to their friend. Das ist der neigelasse. Ahahahahada. Was ist das? Das ist der Fall. Ich gehe auf den Spawn. Ich bin beim Spawn. Be Gott sei Dank, kannst du ein Pumpgun. Ja, insospital. Die ersten kommen, die ersten kommen. Ich hoffe, die kommen ja echt nicht rein, dann haben wir echt.. Warte, geh mal kurz raus. Ich, ich, ich kill dir jetzt mal. Okay, der Große ist noch nicht da, schieß den mal ab. Ich probier jetzt den Großen zu töten. Ey, die kommen echt nicht in den Spam rein, Mann. Ja, ich rush mal hier vorbei und töte den Großen. Oh my god. Der ist riesig. Alter. Alter, wie der aushält. Alter, der hat ne ganze Mundi-Box ausgehalten. Er ist verliebt, oder nicht? Ja. Ich lad grad nach. Ich lad grad die Shotgun, äh, die Box nach. Alter, weißt du wie viel der ausgehalten hat? Sechs Schuss mit der Shotgun. Scheiße. Alter. Ich hab auch noch zwei Schuss. Wie krass die hatte. Echt? Sollen will ich nicht noch mal begegnen. Nee, ich auch nicht. Also musst du wirklich jeden Schuss so aus dem Geziel und überlegt setzen, sonst hast du keine Chance. Ja. Jetzt weiß ich warum alle mal mein Cry of 4 ist schwer. Ja. Das ist übelst. Der Doktor-Modus ist das schwierigste. Der wer? Ja, es gibt so einen Doktor-Modus, wenn du die Story durchgespielt hast. Da musst du jedes Vieh mit, äh, mit einem Schuss töten ungefähr, dass du das Spiel überhaupt bezwingen kannst. Oh. Rennen musst du auch noch ungefähr, bis zum Geht nicht mehr, dass du das überhaupt schaffst. Scheiße. Ist... Ist... Der Ersteller hat gesagt, ich hab mich mal als koreanische Super-Gamer geschafft da irgendwie. Also... Da kommt wieder was. Ich hab nichts für Glück gefunden. Okay. Da kommt wieder einer. Triffst du wieder? Ich muss nachladen. Oh fuck. Dann mach ich den schnell. So lang der hier steht. Okay. Gut, gut, gut. Wir sollten uns abreden, wer was abschießt, weil sonst schießen wir... Vielleicht sind beide drauf und das ist nicht so gut. So, ich gucke hier noch. Sehe ich irgendwas nicht? Ich bin wirklich nicht jedes Grundstück. Oh mein Gott! Wo? Oh mein Gott, der hat mich voll erschrocken, weil der so schnell angerannt kam. Okay, aber du hast doch immer 100 Teile auf das ist noch gut. Hier, 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 komm zu mir. Ich hab was für dich. Oh, wir müssen ein Gully. Wir müssen ein Gully. Sag ich mal gar. Wir müssen fuck her. Wir müssen erst teilen und dann gehen wir in Gully rein. Alter! Willst du die Folgen separat beenden oder alles durch aufnehmen und dann schneiden? Also eigentlich stehe ich immer drauf, Hallo und Tschüss zu sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie lange wir aufnehmen und mein Handy ist leer. Also kann ich auch nicht die Zeit sterben. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange wir aufnehmen. Aber es ist ja egal, das Spiel ist sehr intensiv. Ich würde mal sagen, wir beenden die Folge mal hier. Und wenn die Folge wirklich zu kurz ist, hängen wir einfach noch was dran nachher. Den zweiten Part hänge ich dann noch dran, falls die zu kurz ist. Okay? Ist das eine Idee? Ja. Ist eine Idee. Okay. Also wir sehen uns im nächsten Part wieder mit dem Chelsea. Ja. Und bis dorthin spielt schon brav weiter. Tschüss! Eins! Untertitelung des ZDF, 2020